Ich hasse diese Leute, die einfach hier den Key rein starten, ne? Was ist denn das jetzt? Ein Altaldazar 16. Okay. Brauchen die Mobs hier. Also du brauchst relativ viele von diesen kleinen Shit-Mobs tatsächlich. Der Dino da hinten kommt er gerade. Warte mal, steht einer am Eingang? Was ist da los? Einer ist halt AFK gegangen. Gott. Ich habe auch kein Lead. Naja. Okay. Mal gucken, ob der Key... Also wenn es am Ende um ein paar Sekunden ausgeht, dann ist es, weil hier eine AFK war, ne? Alter. Da hat wohl einer der Hunter-Totstein gemacht. Das zockt halt so Damage rein, ne? Das ist so abnormal. Das habe ich jetzt mal ohne CD genommen. Ich sag's euch. Wie ich halt wollen... Äh, wie ich halt draw'n musste hier. Uhuhuhuhu, Shadow Melt. Wir haben doch zwei Hunter. Ich frage mich, warum da keiner von denen... Scheiß nochmal drauf. Das ist keine Ahnung. Das ist halt nicht mal Boss-Buff, ne? Das ist ganz easy-peasy. Äh, muss er den Scheiß halt nochmal machen hier. Jetzt hoffe ich, dass er nicht, äh... Warum bleiben die denn dran? Also, hast du da gesehen, dass das nicht ausgeht? Naja. Okay. 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 weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt können wir hiermit skippen. Wir müssen halt am besten erstmal die Eds... Warum stackt der die ganze Zeit auf mir? Ich werde halt immer geführt. Okay, ich muss die Eds wegkicken, das hilft nix. Wir sollen halt die Eds töten. Okay, er hat einen Link gezogen. Das Link war jetzt nicht gut, das brauchen wir dann gleich beim nächsten Ding. Lauf doch nicht auf mir, dann werden wir bloß wieder beide geführt. Hier, das ist die aller ätzendste Gruppe. Hier in der, in der INI. Gehe ich jetzt mit Pre-Pull rein. Das mit Boss-Buff, keine Ahnung. Äh, mit Trash-Buff so rum. Rippt ihr halt die Gruppe weg, das ist halt echt... Da ist der Highlight down, den solltet ihr jetzt retten. Ich kann ihn nicht retten, ich hab keine Wut. Er sollte halt BR raushauen. Hat er jetzt... Die waren halt fast tot. Jetzt halt BR. Ja, es war klar, dass man da vibed. Ja, es war klar. Ja, es war klar. Alter, das gibt's gar nicht. Die haben so ein Damage raus. Okay, ich musste halt wegknocken. Am besten tankst du die halt echt nicht. Ich hab diesen einen Dot drauf, ne? Der haut so einen Schaden raus. Das Problem ist, normalerweise geht halt der Tank als erstes in den Dings rein und gut ist. Aber ich kann mich nicht mehr selber vollheilen, weil der erste DD klickt schon instant drauf. Der guckt gar nicht, wie viel der heiler Mana hat oder ob der Tank einigermaßen voll ist. Dann muss ich jetzt wieder nachgehen. Weil wenn ich da nicht reingehe, dann werden die halt instant weggebredelt. Und ich kann mich mit dem Slow hier raus. Ähm. Das hasse ich schon immer so ein bisschen. Gehen wir den langsam hoch. Komm, Mitteiler. Was sieht denn da hinten an den Pillar ran? Das letzte Mal, wo ich hier drin war, hatte ich unschöne Begegnungen. Na komm. Ähm. Was ist da los? Ist der da? Hütet euch. Ich hab halt keinen. Der hat immer noch Lied, der eine Dude. Ich hätte ja am Pult immer gemacht, aber... Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Alter, der Slow kommt halt die ganze Zeit da, wenn ich ihn nicht brauchen kann. 2. 1. Genau immer in der Sekunde, wenn du rauslaufen musst, kriegst du halt den Sprung ab. Äh, kriegst du halt den Slow ab, dass du nicht aus dem Sprung rauskommst. Ich muss bloß gucken, dass wir nicht hinten stoppen an der Tür, weil das ist dann halt immer ein bisschen kacke. Ah, das ist der... Mein Interrupt, mein Schädelstoßen ist eigentlich eine total coole Sache, weil es ein Charge ist, aber du chargst halt in die Mitte von dem Mob rein und bist dann wieder in der Grütze drin. Deswegen hasse ich den Boss hier zu interrupten. Aber die meisten sind halt so eingestellt, ja, der Tank interruptet das. Und, ja gut, okay, da interrupten jetzt gerade andere. Perfekt. Müssen wir bloß gucken, dass wir da nicht stoppen, wo man... Äh, an der Tür, weil du addest da tatsächlich... Also ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen von dem Ding weg. Hm, die haben da halt alles zugeweudelt. Also du darfst da nicht so nah ran, tatsächlich. Ich hatte nämlich das letzte Mal, ähm, da waren wir nämlich da an der Tür dran und haben dann halt auf den Sack gekriegt. Ach ja, du kannst ja hier auch aufmauten, ne, während du in dem Ding drin bist. Ja, wir haben jetzt halt schon zu viel Zeit verplempert, also ich glaube, das wird nichts mehr. Hey, grüß dich. Nein, 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 pull jetzt nicht, hier sind irgendwo Rogues. Wo sind die? Aha. Wir hätten einen Naturschaden, das kann er nicht runternehmen. Gift, oder? Ich glaube, Priester... Oh, nee, Priester konnten krank halten. Ich weiß gar nicht, was Shami kann. Ach, okay, er kann es doch runternehmen. Jetzt haben wir nur noch das eine Ding hier, ja. Und da der Ab traum. Boah! Die? Ja... Na super, das Dachte, Knockback interrupted das auch Okay, hat ja viel gebracht Mal gar nichts, wunderbar Irgendwie haben wir jetzt nicht mehr so einen starken Schaden Hier können wir auch ganz schön fies sein, die Mobs hier Okay, muss ich halt wollen Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht Hätte ich jetzt nicht gedacht Da habe ich halt überhaupt keine CDs Ich kann nicht Och, ist das euer scheißernst? Ich habe halt eben den interrupted Ach komm, da kann doch irgendeiner noch ein Interrupt draufhauen Wir haben eine fucking Katze My Hunter Der ist jetzt aber nicht komplett außen rum gelaufen Oh nein Der hat den geeditet Der hat für den meine Wall rausgehauen Wichtig, bitte Nee, 10 Minuten, das wird nichts mehr Okay, bitte wir brauchen wir brauchen nur 67 prozent zwei boss 67 prozent haben wir also oben die ganzen ja der eine eine vibe hat uns zu viel zeit gekostet und es und Vielen Dank. Ach, fuck. Jetzt habe ich es zu früh gezogen. Ich bin so ein Vollidiot, echt. Hey, vielen Dank fürs Subscriben. Grüß Sie gehen raus hier an der Stelle. Mal voll reiner Ehen hier. Ja, jetzt stacken wir das Ding nochmal einmal. Übelst, den sollten wir jetzt nicht töten. Ah, fuck. Jetzt haben wir nochmal auf fünf gestackt. Jetzt habe ich dafür die Wall rausgehauen, sonst wäre ich gestorben, ne? Was haben wir denn? Wir haben jetzt hier nochmal vier Prozent. Weiß einer, wie viel der Obelisk bringt? Bringt der genug Prozente? Und dann sind wir bei 95 in etwa. Kann man, sie werden das add-routen, ne? Mit zwei Huntern können sie zwei Eisfallen legen. Oder? Okay, ja, gut, wenn man auch ein Druid, kann man auch mal so routen. Ja, warum nimmt der jetzt schon das Ding? Also den nächsten können sie hoffentlich dann in die Eisfalle packen. Zwei Prozent, okay. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch irgendwas töten. Aber den dicken Mob da am Eingang, den willst du nicht machen. Hä, kommt da gar kein App mehr? Eigentlich kommen doch da immer mehrere. Alter, stirb jetzt nicht, Bro. Wie willst du es denn nicht machen? Die haben da hinten irgendwas geedit. Oh mein Gott. Leute, lauft mir doch nach und pullt nicht irgendwie. Ach, ich hasse das immer, wenn Leute nicht im Tank nachlaufen, sondern selber einfach irgendeine Scheiße pullen. Die haben jetzt einfach das Add da hinten gepullt. Ja, wir brauchen aber trotzdem noch ein paar Prozente. Also wir müssen die noch machen. Ja, scheiß drauf. Dann tun wir jetzt einen Boss machen. Das ist halt der Hardhitter. Das ist halt der Mini-Boss, der den Hardhit macht. Jetzt kriege ich halt mehr Damage. Ich muss da mit dem Boss raus. Fuck, der Boss muss da weg. Alter. Alter, der Typ haut so raus. Ich muss da wegen der Fläche da hinten hinlaufen. Also ich hab dann den Buff drauf, dass ich 100% mehr Schaden kriege. Von dem Shitter. Super, die stehen jetzt zwei ganz schön nah da. Warte, jetzt hab ich auch noch den Uang Slow drauf. Der Heiler ist tot, den müsst ihr mal retten. Ja, das wird nix mehr. Vor allem, wir haben jetzt nicht genug Prozente. Deswegen wollte ich den Großen und die ganzen kleinen Dudes machen. Und nicht so wie die. Ich kann jetzt nochmal einen Pott raushauen. Ja, vielleicht wird das sogar noch was. Dann brauchen wir jetzt aber halt Schaden, ne? Ja, vielleicht wird das sogar noch was. Okay, eine Minute haben wir noch. Wir müssen so einen kleinen töten. Die ich vorhin schon machen wollte. Alter, okay. Ja, gut. Weißt du, deswegen wollte ich die machen und nicht den Einzelnen, weil wir halt sonst eh nicht genug Prozente haben. Aber deshalb war jetzt noch In-Time. Sehr schön. 33 Sekunden hatten wir noch. Obwohl wir übelst reingekackt haben zwischendrin, ne? Okay, noch ein 16er Key. Wunderbar. Easy, hust, hust, ja. Jetzt haben wir schon drei. Ja, das Ding vorhin, den Valkress 17, hätten wir eigentlich auch packen können. Aber gut, so ist es. Schauen wir mal, was da drin ist. Na, mit Vermeidung. Aber das bringt mir halt auch nichts. Jo, gut. Das war's dann wieder für den Key. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei dem G-Gimpf. Euer Sela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.